Neue Satellitenbilder von Kuba zeigen Anzeichen dafür, dass in dem Land erweiterte Überwachungskapazitäten in vier Militärbasen installiert werden, die angeblich mit China in Verbindung stehen. Diese Entwicklung könnte Peking ein Netzwerk von Einrichtungen zur Verfügung stellen, das für das Abhören der Vereinigten Staaten genutzt werden kann. Die Bilder, die in einem Bericht des in Washington ansässigen Center for Strategic and International Studies, CIS, am Dienstag vorgestellt wurden, stammen aus den Monaten März und April. Sie zeigen neue oder kürzlich durchgeführte Bauarbeiten an drei Standorten in der Nähe der Hauptstadt Havanna sowie Arbeiten an einem zuvor gemeldeten Standort in der Nähe der US-Marinebasis in der Guantanamo-Bucht, berichtet die Voice of America. Ohne Zugang zu klassifiziertem Material ist die Bestimmung der spezifischen Ziele dieser Einrichtungen nahezu unmöglich, heißt es in dem Bericht. Dennoch ist die Zunahme von Weltraumüberwachungseinrichtungen an Orten wie Biucal und Calabaza auffällig, da Kuba keine eigenen Satelliten oder ein Raumfahrtprogramm besitzt. Biucal ist laut CIS-Analysten der größte Standort der vier und wurde erstmals während der Kubakrise 1962 bekannt, als die Basis zur Lagerung von Atomwaffen für die Sowjetunion genutzt wurde. In jüngster Zeit hat Biucal an Bedeutung als wichtiger Datenüberwachungsstation gewonnen, die verdächtigt wird, elektronische Kommunikation für China zu verfolgen. Die neuen Satellitenbilder zeigen Hinweise auf bedeutende Aktualisierungen in Biucal, darunter eine neue Struktur für die elektronische Antenne. Untertitelung des ZDF, 2020